Hallo und herzlich Willkommen zu Video 1. Fuß, Klatschfuß, Klatschfuß. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht's los mit Body Percussion. Am besten groovt ihr euch erstmal mit 80 Beats pro Minute ein. Das kann zum Beispiel so aussehen. Das ist der erste Rhythmus. Dafür braucht ihr Füße und Hände. Und ihr habt es bestimmt schon erkannt. Das ist genau der Rhythmus, den ich gerade mit dem Mund gemacht habe. Das könnt ihr natürlich im Sitzen machen oder im Stehen. Macht's euch bequem und wir starten. Klasse. Dann probieren wir das mal mit 100 Beats pro Minute. Ein bisschen schneller. Los geht's. Sehr genau. Jetzt kommen wir zum zweiten Body Percussion Pattern. Wir bauen es schrittweise auf. Zuerst starten wir mit Fuß und den Klatschern. Diesmal sind die Füße auf 1 und 3 und die Klatscher auf Zielzeit 2 und 4. Sehr gut gemacht. Prima. Na, jetzt nehmen wir noch unseren Oberkörper mit dazu. Auf 2 und 2 Sechzehntel und dann nochmal auf die 3 und und die 4 und. Na, wie lief's? Ich selber musste ein paar Mal üben. Wenn dir das jetzt zu schnell ging, dann spring nochmal an die Stelle zurück, wo der Oberkörper mit dazu kommt. Du kannst bei YouTube die Geschwindigkeit, mit der das Video abgespielt wird, in den Einstellungen verändern und es an dein eigenes Lerntempo anpassen. Und nun kommt noch eine kleine Sache dazu. Ein sogenannter Schlurf. Ich mach ihn dir mal vor. Und nochmal. Und nochmal. Aber mach diesmal wirklich mit. Okay, dann sind wir jetzt startklar. Das ganze Pattern. Wenn es an diesem Tempo noch zu schwer für dich ist, dann übe etwas langsamer. Wenn es dann in dem langsameren Tempo klappt, kannst du auf 80 Beats pro Minute hochschalten. Und was machen wir jetzt mit den beiden Patterns? Wenn du Lust hast, kannst du noch ein bisschen Text dazulegen. Dann wird's richtig spaßig. Hier mal nur der Text. Oh, ich bin gut drauf und gehe nicht raus. Oh, ich bin gut drauf und gehe nicht raus. Oh, ich bin gut drauf und gehe nicht raus. Jetzt bist du an der Reihe. Packe beides zusammen. Den Text und Body Percussion Groove 1 oder 2. Oder denk dir deinen eigenen Text aus. Schick deine Aufnahme, Ton oder Video einfach an den Chorverband Berlin oder lade dein Video hier bei YouTube hoch und schick uns den Link. So, das war die erste Folge von Chor in Dosen. Medizin nach Noten vom Chor-Doktor Ilja Panzer. Präsentiert vom Chorverband Berlin. Popcorn. Spirited. Ladies, Riepwild. Urgenstein. Brückerkospelko. Was? Du bist immer noch dran? Okay, hier gibt's ein extra. Body Percussion zu zweit. Wie hören sich denn die Pattern an, wenn man die zu zweit macht? Und denkt an den Abstand. So, nicht ganz tight, aber schnieke. Jetzt noch Pattern 2. Und denkt an den Abstand.